Gott wird Mensch. Manchmal denke ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber wie sollte man sich das auch vorstellen? Frauen und Männer haben über Jahrtausende hinweg gesagt, Jesus wurde nicht nur damals geboren, sondern er wird noch immer jeden Tag in mir und auch in ihnen geboren. Das ist doch wunderbar. Jesus heißt ja, Gott hilft. Gott wird Mensch, Gott kommt. Der Dichter Angelus Silesius sagt sich, wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du hast nichts davon. Zum Engel sagt der Dichter, was hilft's mir Gabriel, dass du Maria grüßt, wenn du nicht auch bei mir derselbe Bote bist. Er kommt. Als tiefes Schweigen das All umfien und Mitternacht war, kam vom Himmel das lebendige Wort. Er kommt. Ach, könnte nur mein Herz zu einer Krippe werden. Werde weit, mein Herz, singt der Dichter. So geht Gott da rein, du sollst sein Himmelreich, er will dein König sein. Er kommt also gleichzeitig in mein Herz und in die Welt. Die Welt ist Bethlehem. Gott ist Mensch geworden für mich, sagen Christen der ersten Jahrhunderte. Erkenne deine Würde, in dir lebt Gott. Das Heil ist gar nicht weit weg im Himmel, sondern im Herzen des Menschen. Deswegen jubelt ein Beter, tausendmal tausende und zehnmal tausende, zehntausende Cherubim und Seraphim, wir singen und preisen meinen Herrn Jesus. Alle, die mein Herr Jesus sagen, werden stark. Sie leben in Gottes Gegenwart. Versammelt euch in mir all meine Gedanken, denkt nichts anderes. Jesus ist meine Hoffnung, ich schaue ihn an. Jesus, Cherubim und Seraphim erheben sich vor dir. Sie können dich nicht betrachten, doch wir können dich betrachten. Du bist der wahre und sehr kostbare Edelstein. Der Kaufmann verkaufte dafür sein Hab und Gut und kaufte ihn. Gib auch uns einen solchen Edelstein, damit er seinen Glanz auf uns wirft in unser Herz. Der Schmuck unserer Seelen, die Erfrischung unserer Herzen, das ist dein heiliger Name, Herr Jesus. Du bist mitfühlend und barmherzig. Du, deine Zartheit ist unermesslich. Die Cherubim schlagen mit ihren Flügeln, sie besingen und verherrlichen meinen Herrn Jesus. Die Sonne und der Mond werden zu ihrer Zeit untergehen, aber du, du bleibst. In der Fürsorglichkeit deiner Güte hast du die Himmel geöffnet und bist zu uns herabgestiegen, du Arzt und Heiland. Mein Herr Jesus, sieh uns an mit dem barmherzigen Blick deiner Güte. Schaffe in uns ein reines Herz, damit wir dich preisen können. Ich bitte dich, mein Herr Jesus, lass uns in deinem Königreich erbarmen zukommen, wenn wir deinen Namen rufen. Ja, wir wollen dich loben, Herr Jesus, wir vertrauen dir. Wir singen dir und deinem gütigen Vater und dem Heiligen Geist. Du bist gekommen. Ich wünsche ihnen und uns allen, gerade in dieser nicht einfachen Zeit, dass der Engelsgruß uns erreicht und dass wir staunen können, weil Gott da ist. Mein Schöpfer hat sein Zelt bei mir aufgeschlagen. Jesus wird Mensch und wohnt in mir. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Heiland.